Sie befinden sich hier in der Heilanstalt Les Serissiers. Oh Gott! Professor Albert Einstein, geboren am 14. März in Ulrich. Fuck! Fotografieren! Und eine Therapie. Der dritte Patient? Johann Wilhelm Möbius. Behauptet er immer noch, dass ihm der König Salomon erscheint? Und die Heilung. Salomon hat mir offenbart, was zu offenbaren war. Ich erinnerte mich plötzlich. Ich erdrosselte Schwester Irene. Sie haben sich hier eingestrichen, indem ich den Verrückten spielte. Ich bin Josef Eisner. Sie sind wirklich verrückt. Tösten Sie sich. Ich stehe auf. Verrückt, aber weit. Gefangen, aber frei. Physiker, aber unschuldig.